Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Damned mit dem Flo und dem Tommi von den Eichemisten und dem Herr Currywurst, was da ist. Ich weiß allerdings nicht welches. Ich wusste, dass der das mal toll ist. Ich glaube, er ist auch Mary. Wir wiegen schon mal Batterien für euch, Jungs. Jungs, sagt er krass. Hier ist ein Utschabrett. Ja, hier nicht. Okay, also, Konzentration. Curry ist, äh, Curry, welches... War das jetzt dunkel oder hell? Hell. Ja, das ist gut. Ähm, was für Monster bist du? Ich bin immer noch... Ich nehme immer diese, äh, wie heißt sie? Ich weiß nicht, wie sie heißt. Mary. Oh, nein, okay, ja, aber die ist ja... Mary ist die Beste. Stimmt, die ist echt die Beste. Das war die Bitch. Boah. Entschuldigung. Die Samara. Er war unmuted. Er war. Boah, krass, Curry. Ja, überall gar nichts. Was soll das denn? Noch keine Schlüssel. Ich hör auf jetzt damit. Klasse. Oh, anderer Raum. Aber, also, hier liegt ein Schlüssel. Nee, das ist kein Schlüssel. Wir müssen mal gucken, dass so während der Damned-Aufnahme, dass einer wirklich so ein... Found-Wort oder so auch im Teamspeak hat. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Naja, sonst muss man sich hier die ganze Zeit stumm stellen, ne? Das ist halt schwierig mit der Aufnahme, dass man das dann auch irgendwie hört. Hier ist eine Batterie, ja, eine. Oh, hier ist ein Schlüssel, ich habe einen Schlüssel. Ah, super. Alten Schlüssel. Ich habe auch einen Schlüssel. Deine... Deine... Ich will gerade sagen, deine Mutter, aber das kann ich ja nicht, weil... Der Curry beleidigt es so. Guck mal meine Füße an. Wie meine Füße tanzen kann... Können... Entschuldigung. Ich bin ja auch ein bisschen konzentriert. Curry? Ich bin ein kleines Mädchen. Es ist ja... Willst du spielen? Ich glaube, ich gehe in den Schrank. Ach, ich habe Schüsse. Oh, den Schrank kenne ich. Lies mich hier ein. Da habe ich mich früher oft versteckt. Laber nicht. Ich habe das Gefühl, der ist hier. Ich bin hier. Boah, Alter, habe ich mich gerade erschreckt vor dem Pfarrer. Was? Ja, weil die Tür auf einmal aufgegegen und dann stand da der Pfarrer und ich so, oh mein Gott. Curry, du ekelhafter. Meine Füße sind ekelhaft. Was machst du die ganze Zeit auf deinen Füßen, Mann? Ich gucke die die ganze Zeit an und die hat echt scheiß Füße. Ja, was erwartest du? Die Arme ist voll tot. Ja, und da kann man sich doch wenigstens die Füße pflegen in der Hölle oder im Himmel. Ja, aber die ist durchsichtig, das kann die doch nicht. Nee, ich bin nicht. Also, wenn einer nicht durchsichtig ist, dann bin ich es. Das ist aber übrigens wieder eine neue Map, ne? Oh Gott, ich mag mich gerade so weit. Diese Map haben wir noch nie gespielt. Und ich weite. Okay. Ganzhaft, ich wurde teleportiert und genau in den selben Raum teleportiert. Ich habe mich zu weit weggewagt. Oh, Flo, wie sieht der Raum denn aus, Curry? Oh, da hat jemand versucht, die Tür zu öffnen. Oh Gott. Okay. Öffne sie lieber nicht zu schnell. Gott, diese, dieses, wenn Männer das machen, das ist immer so gruselig, mit diesen, wenn die mit der Stimme am Schluss kommen. Ich glaube, ich weiß, wo der Curry ist. So hochgehen. Geh mal hier weg. Bin mir jetzt so heikel. Tommy. Ich habe deine rote Mütze. Du sauer, gib sie wieder her. Ja, Tommy, kein Spaß, Mann. Also, einer ist gerade an der Tür vorbei geworden. Hier, die ging auf gerade. Ganz, ganz schnell. Ich habe dich gesehen. Er ist bestimmt nicht von uns. War immer hinter mir noch. Mann. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich gelandet bin. Das ist so crazy, ich sage es euch. Wo bist du denn? Ich habe keine Ahnung. Ich bin in so einem riesigen Labyrinth verloren, voller komischer Gänge. So lange geht's, Flo. Okay. Oh, die Tür ist aufgegangen hier. Ich kann dich fühlen. Wir sind in einem neuen Abschnitt mehr, können wir leider nicht sagen. Ja, ich auch. Ah, da vorne. Das. Was ist das denn? Oh, da liegt eine... Sollen wir die mitnehmen? Ja, ja, mach das mal. Jemand hat meine Puppe geklaut. Oh, ja. Hat er gar nicht. Hier ist ein Schlüssel. Ich habe noch mehr. Ich habe... Steel Key. Bakery. Ich bin gar nicht allein. Toll. Hier ist nur eine Batterie. Ja, nimm mal. Ich hatte gerade noch eine genommen. Ja. Ah, hier ist auch noch ein Schlüssel. Flo, wir werden dich retten. Und wir werden mit ganz vielen Schlüsseln zu dir kommen. Mutter braucht was zu essen. Aber hier gibt es keine Stür. Ey, ich habe so keine Ahnung, wo ich hier bin. Das ist so creepy alles. Ey, was ist denn jetzt los? Warum kann ich hier nicht hoch? Was ist das denn? Hoch? Wo musst du denn hoch? Ich muss nirgendwo hoch. Okay. Dann sag das auch bitte nicht. Fabierst mich sehr. Aufmachen. Eide. Hm. Noch eine Tür. Ich rieche euch. Ich habe so stehen. Du könntest jetzt hier an jeder noch so kleinen Ecke stehen. Es würde es natürlich helfen. Flo ist jetzt echt alleine. Der Arme. Nicht mehr lange. Und ich habe hier alle Türen aufgemacht. Jetzt in dem Stockwerk. Wenn die irgendwann dahin kommt. Oh. Ach, hier noch. Und jetzt ist die Batterie. Ist auch eine Batterie in der Mitte. Boah, hier ist noch ein Schlüssel. Und hier ist noch eine Batterie. Okay, bei mir ist es komplett dunkel. Ich glaube, ich war hart. Was? Hallo. Ach, die Scheiße. Ach, die Scheiße. Was? Wer schreit da? Geh doch mal jetzt. Nein. Nein. Wer war das denn? Ernsthaft? Ich habe es überlebt. Ich habe es überlebt. Ich muss hier weg. Dreh dich doch mal um. Nein. Nein. Ich glaube, wir sind wieder runter. Hier. Weg hier. Weg hier. Ja, komm mit. Okay, komm, komm mit. Oh Gott, du. Oh, ich zerschrocken. Oh Gott, ey, du bist fünfmal so knapp bei mir vorbeigerannt. Alter, schuldige. So, was Schweineglück gehabt. Wie ist mich jetzt hier ein? So, bleiben wir drin. Was ist hier so? Wir haben ja schon alles, ne? Ja, geht sie hinten nicht noch weiter? Ne, sie ist vorbei. Scheiße. Ja, das ist jetzt. Dann müssen wir doch wieder hoch. Ich glaube, der Flo kann uns jetzt etwas zeigen gehen. Hier ist wieder hoch. Nein. Was ist hier mit der Tür? Hier. Die geht nicht auf. Ach du Scheiße, sie ist da. Rennt. Rennt. Ach ne, der kann noch nicht. Er kann noch nicht rennen. Ich kann noch nicht rennen. Scheiße. Wo denn? Oh Gott. Der geht hinter mir, Leute, auf dir. Yes. Alter, nein. Gute Nacht. Kacke. Gute Nacht, kleine Pandoria. Schlaf tief und fest. Nimm meine Leiche. Ich habe ganz viele, also drei Schlüssel habe ich gefunden, aber immerhin. Nimm sie ruhig. Ne, wartet noch, wartet noch. Bevor ich sie selbst hole. Ich bin nicht ganz hoch gekommen. Dort ist meine Leiche. Niemand weiß natürlich jetzt, was ich meine. Vor allen Dingen, ich höre mich ja gar nicht. Alter. Was denn? Nicht hier rein. Nicht hier rein. Raus, 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 raus. Kannst du nicht einfach so meinen Rücken anleuchten? Du hast gesehen. Oh Gott. Ja. Oh Gott, wir sind so im Arsch. Oh Gott, ich bin wieder ins Labyrinth gelaufen. Wo ist das zur Hölle? Wo ist das? Das wollte ich doch nicht mehr machen. Ja, du musst uns das zeigen. Ich weiß absolut auch nicht, was er meint, weil da waren ja eigentlich alle Türen zu. Oh Gott. Scheiße, ich weiß schon wieder nicht, wie ich hier rauskommen bin. Er berinnt. Lauf, lauf zurück, lauf mal zum Tommi. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Komm mit. Ach du Scheiße. Die Party fährt doch gerade erst an. Nein, gar nicht. Ach du Scheiße. Ist ja... Guck mal, ob du hier was auf... Hallo Pandoria. Okay, er ist an meiner Leiche anscheinend. Ich will doch gerne mal Currys sich gerade sehen. Ich kann jetzt nicht mehr vorbei. Ich komme die Treppe nicht hoch. Ist das dein Ernst? Mach mal die Türen zu, Flo. Die ganze Zeit, ich stehe da so unten und gucke durch das Gucklob. Ich mache hier alle blöden Shopladen auf. Was ist das da rechts gewesen? Fink mal, beim Tommi. Tommi, ich habe da eine Sicht. Kannst du mal nach... Ah, okay. Hier? Ja, das... Ja, ja. Was ist das denn? Alter! Was? Ich habe mich gerade vor mir selbst erschrocken. Ich habe mal alle Türen hinter uns zugemacht. So, also da kommt er zumindest nicht nach. Hier ist noch eine Tür. Oh, die ist verschlossen, leider. Was? Ja, das war's. Also nur die eine Tür da ist noch offen. Boah, ich sehe schon wieder die Hände überall. Stopp, gleich passt unter sich bestimmt hier rein. Wir müssen hier raus. Ich sehe da vorne noch eine Tür, die zu ist. Er sagt, mach die Tür auf, klopf, klopf. Oh Gott, es wird dunkel bei mir, es wird dunkel bei mir. Aber was war das denn? Da hat was geblinkt. Wird sehr dunkel bei mir. Okay. Bleib doch hier. Da, da, geh zurück. Geh runter. Die liegt da fast direkt auf der Treppe. Jetzt, 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 jetzt. Ich hoffe, die ist nicht in den Boden gesunken, weil dann können wir eigentlich das Spiel, wenn du jetzt nach rechts... Du läufst bei mir hier noch. Was? Ah, da, da, da. Ah, super, super, super. Wieder ins Labyrinth. Ich hab mich jetzt echt in dem Raum versteckt, mir reicht's. Ich bin raus. Aber kann mir noch so ein super psychopathisches Monster geben? Flo ist ne Pussy. Also, hier bin ich falsch. Also, ich muss sagen, an der Beobachtungssicht müssen wir auf jeden Fall noch was machen. Das ist einfach viel zu hektisch. Hakelig, ne? Ne, nicht hakelig. Ich krieg so diesen Motion Blur, wenn ich dann halt die ganze Zeit so gebannt zuguck. Oh, ich will voll die Pussy. Ah. Oh je, Tommy. Geh zu, so. Sag mal, hast du noch Toilettenpapier, Tommy? Was? Tommy, guck doch nicht gegen die Wand. Ah! Hallo. Oh Gott! Ich weiß, was du tust. Oh Gott. Tschüss. Okay, ich hab die Tür offen. Ich hab auch den, ich hab den Endschlüssel, glaub ich. Komm doch mal raus und sag Hallo. Komm auf gar keinen Fall raus. Komm raus. Ich bin nochmal zwei Treppen hochgekommen. Alter, wie riesig dieses Gebäude ist. Das gibt's doch nicht. Weg, oder? Ich hab die Endtür gefunden. Die Musik hat aufgehört. Okay, ist sie verriegelt? Ja. Ja, die Tür ist zu. Wir hätten da, also er hat da auf jeden Fall was. Ich hab den Endschlüssel, glaub ich, ja. Komm schon, Flo, wir schaffen das jetzt. Wo bist du? Ganz oben. Oh, ich müsste ein Power-Up. Ganz oben. Boah, krass, ich häng hier fest. Gibt's noch ein Stockwerk über dem Mittleren quasi? Ja. Wenn du sagst, ganz oben. Ja. Wo geht's denn da hoch? Von der Mittleren aus? Oh Gott. Ach du Scheiße. Ich bin am Arsch. Wenn ich rauskomme, bin ich tot, glaub ich. Oh, meine Lampe flackert. Ich glaub, solange kann er... Oh. Ich will gar nicht da sein. Ich bin leider schon längst wieder weg teleportiert. Solange dauert das leider gar nicht. Die Sache ist, wer glaubt, ist dir... Okay, ich zieh's durch. Ich werd' schre... Oh nein! Boah, was? Nein! Was? Was? Nein! Ich renne doch los, oh krass. Deswegen würd' ich niemals mit euch TTT spielen wegen solcher Sachen, ey. Oh Mann ey, da hab ich dir so eiskalt verdreht. Scheiße. Falsch gedacht. Flo, er hat den Endschlüssel und hat Brecheisen. Den Endschlüssel, shit, ey. Scheiße. Falsch gedacht, Tommy. Wir waren so ein kurzer Vorflow, scheiße. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo die liegst. Oh, scheiße, ja, ich seh nur. Ganz unten, ganz unten vor der Tür, die mich aufging, voll. Ah, jetzt. Ey, wer ist das jetzt? Ah, das... Oh mein Gott. Oh, die Uhren. Me. Hast du's gesehen, Pan? Ja, ja. Was denn? Gut reagiert. Egal nicht. Meinst du, wie du da in die Tür reingelaufen bist? Oh Gott. Hallo. Siehst gut aus. Hallo. Ah, iiiiih, mit den Augen. Jetzt seh ich das erst richtig. Oh Gott, ey. So, trau ihm bitte nicht. Trau ihm nicht. Egal, was du sagen. Trau ihm nicht. Ich geh erst recht nicht raus, wenn er sagt, er hat sie schon längst weg teleportiert. Das ist voll die Glatze an der Seite. Warum lässt du nur den Kopf so hängen, Mann? Ich verzieh mich mal wieder. Oh Gott, ich bin ganz so geimpft. Oh Mann. Okay, Flo. Weiß Bescheid. Ja? Hast du dich jetzt gar nicht gedacht? Ja, ja, du bist richtig, du bist richtig. Nee, 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 nee. Nee, auch nicht. Nee, du darfst jetzt nicht kommen, bitte. Hier kommt das böse Mädchen. Nein, hier kommt nicht das böse Mädchen. War das doch? Boah, da war so ein kurzes Gesicht, ey. Oh. Hast du, ähm, hast du die Sachen vom Tommy? Nee, noch nicht, glaub ich, oder? Nee. Ach so, dann musst du den... Ach so, doch, hast du schon, oder? Guck mal, rechts sind bei deinen Schücheln, ich glaub, du hast die schon. Nee, ich hab nur einen, glaub ich. Ach so, weil, ja. So krass, weil ich krieg die noch angezeigt bei deiner Sicht gerade, aber dann liegt das da an der Sicht. Dann geh mal da entlang. Nee, 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 nee. Ja, ja, ja. Ach so, ja, ja, ach so, doch, ich wäre, ach so. War ja doch da, oh Mann. Hier, oder was? Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Noch weiter hoch, ja. Oh, Flo. So, hier nach, nee, andere, na, ja. Äh, ein bisschen nach rechts. Ich leuchte hier mal ein bisschen auf dem Boden, hier. Ja, war das hier? Oder? Oh Gott, ich kann mich... Nee, die Tür müsste auf jeden Fall offen sein. Die Reise ins... Ach nee, da hinten war das. Ja, ja, doch, genau. Ja, ja, geh ins Labyrinth quasi. Schlaf jetzt ein. Nein, du musst doch nicht alleine sein. Vielleicht komme ich dich bei uns an. Ja, nein! Nein! Ja, genau hinter mir. Schlaf, mein Kindchen. Ach Gott. Du Drecksache. Aber gut geholt, Curry. Ach, krass, ey. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, Tommy, ne? Ja, Curry, das... Also, wenn ich dich das nächste Mal sehe, du... Ich wollte dir nur die rote Mütze bringen. Ja, ja. Hast du gut gemacht. Hast du geschafft. Ja, auf jeden Fall wieder danke fürs Zusehen. Hat was gemacht. Ja, auf jeden Fall. Aber ich möchte eine Runde nochmal spielen, wo ich mich so richtig erschrecken kann. Bitte. Ja, okay, eine spielen wir noch. Machen wir, machen wir. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.